Hallo Leute, nur eine Kleinigkeit. Ich habe privat Minecraft auch wieder von neu gestartet. Dieses Haus als meine erste Notunterkunft und habe dann am zweiten Tag heute dahinten ein bisschen Stein abgetragen und merke jetzt, meine Tür ist offen. Ja Leute, schlechter Scherz würde ich sagen. Also immer die Türe zumachen. Ich logge den jetzt am besten mal raus. Geh weg. Ich kann Karate. Ich kann es gerade nur nicht. Okay mein Lieber. Und tschüss Mann. Ich lebe noch. Also nur eine Kleinigkeit. Creeper im Haus. Nicht so nett. Auch wenn hier noch nichts ist, aber trotzdem. Hört sich das nicht. Tür zu. Und das war es auch schon. Ciao Leute.